Ja, wir haben heute Morgen in Krefeld die Beschäftigten informiert. Wir hatten ein Flugblatt, mit dem Flugblatt sind wir in die einzelnen Abteilungen gegangen. Ich persönlich war bei den Stahlarbeitern und da war die Betroffenheit schon sehr groß. Ich habe also noch nie so viele weinende Männer gesehen, die also aufgrund des Ergebnisses so betroffen waren, weil es letztendlich ihre Arbeitsplätze betrifft. Obwohl der Werksleiter des Stahlwerkes gesagt hat, dass das Ergebnis, was zustande gekommen ist, auch noch in Anführungsstrichen positiv bewertet werden kann, weil er persönlich mit einem viel, viel schlechteren Ergebnis gerechnet hat.